Ein Pkw lag auf der Seite. Eine Person war noch im Auto eingeschlossen. Die wurde so rausgeholt, ohne hydraulisches Rettungsgerät, gemeinsam mit dem Rettungsdienst. Ein Baum war durch den Unfall gefällt. Den haben wir dann zerkleinert, dass er keine weiteren Gefahr darstellt. Die wurde im Rettungsdienst und ist auf dem Weg ins Krankenhaus. Die Schwierigkeit an sich war, durch das schöne Wetter waren viele Personen unterwegs. Erstmal die Personen weiträumig abzudrängen. Wir warten jetzt noch auf den Abschleppdienst, bis das Auto aufgeladen ist. Dann reinigen wir die Fahrbahn voll und dann kriegen wir wieder.